Wunderschönen guten Tag herzlich Miau zu einem weiteren kleinen Unboxing. Heute mal nichts technisches, obviously. Ich habe mir einfach mal ein Beard Grooming Kit bestellt von der Firma Bayless & Harding, das Fasidac Beard Grooming Kit. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere gibt. Jedenfalls war ich ein bisschen neugierig. Es ist ja so, dass vor ein paar Jahren diese ganze Barbershop, Männerpflege, Dingsbums, Bewegung in Mode kam. Daraufhin immer mehr Barbershops eröffnet haben. Manche kannst du vergessen, manche sind ziemlich cool. Ich habe mich schon so ein bisschen umgeguckt da und war bei einigen auch schon als Bart- und Haarmodell angestellt, sag ich mal. Entschuldigung, falls es wackelt, ich muss mit dem Handy filmen. Na ja, also ich denke, ich kann so ein bisschen was dazu erzählen. Und ich habe mir einfach mal aus Verdacht, weil man kann ja nicht immer Modell sitzen, ein Beard Grooming Kit selbst bestellt. Was haben wir denn da so alles drin? So, was haben wir denn hier alles Schönes drin? Ich fange mal oben an. Na kommst du raus. Wir haben einmal Conditioning Beard Wax, also Bart Wax. Wenn man einen Oberlippenbart hat, dann kann man den schön in Form zwirbeln. Und wenn man den nicht hat und seinen Bart sonst irgendwie in Form bringen will, dann ist das hier ziemlich gut. Ein Kamm. Ja gut, muss man jetzt nicht unbedingt weiter vorstellen. Man weiß ja, wie sowas funktioniert. Dann haben wir einmal Bart Shampoo für die tägliche Dusche, für den Bart zum Einmassieren. Pfleckt so ein bisschen die Haut unten drunter und macht die Haare nicht so kratzig. Und als letztes haben wir ein Face Wash für hinterher, nach der Rasur. Dann fühlt sich die Haut wieder schön an. Und wie das Ganze sich dann im Gesicht anfühlt, verrate ich, wenn man das denn sehen will, in einem weiteren Video. Danke sehr fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Auf wieder mal uns.